Bist du bereit, in die Welt der Kriegsführung einzutauchen und die faszinierenden Schicksale der fünf besten deutschen Generäle des Zweiten Weltkriegs zu entdecken? Diese Männer prägten nicht nur die Schlachten und Taktiken des Krieges, sondern auch die Geschichte selbst. Was wurde aus ihnen, nachdem der Krieg vorbei war? In diesem Video enthüllen wir ihre erstaunlichen Karrieren, ihre unvergleichlichen Leistungen und wie ihr Weg letztendlich endete. Also bleibt dran, während wir uns in die Geschichten der fünf besten deutschen Generäle vertiefen. Walter Modl, einer der treuesten Anhänger des Nationalsozialismus, wurde schon früh in seiner militärischen Laufbahn von Adolf Hitler geschätzt. 1925 trat er der NSDAP bei, was seinen Aufstieg in der Wehrmacht beschleunigte. Als glühender Unterstützer der nationalsozialistischen Ideologie war er für Hitler ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Schon 1938 wurde er zum Generalmajor ernannt und übernahm das Kommando über das 4. Armee Korps. Das 1939 maßgeblich an der Invasion Polens beteiligt war. Modl wurde bald zu einer unverzichtbaren Figur, besonders an der Ostfront. Während der Schlacht von Kursk, einer der größten Panzerschlachten der Geschichte, bewies er taktische Brillanz und organisierte die deutsche Verteidigung meisterhaft. Hitlers Vertrauen in ihn wuchs weiter, besonders, da er zunehmend das Vertrauen in die alten Generäle des Adels verlor und stattdessen auf Männer wie Modl setzte, die aus dem Bürgertum stammten und fanatisch loyal waren. Dank seiner Fähigkeit, in den kritischsten Momenten einzugreifen und Probleme zu lösen, wurde Modl als Hitlers Feuerwehrmann bekannt. Im März 1944 erreichte er den Höhepunkt seiner Karriere, als er zum Generalfeldmarschall befördert wurde. Kurz darauf übernahm er das Kommando über die Westfront, nachdem Generalfeldmarschall Günther von Kluge aufgrund seines Verdachts auf Beteiligung am Attentat vom 20. Juli 1944 gegen Hitler seines Amtes enthoben worden war. Modl verteidigte im September 1944 erfolgreich Arnheim gegen die alliierten Truppen, während der Operation Market Garden, einer groß angelegten Luftlandeoperation, die das Ziel hatte, die deutschen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Obwohl er es schaffte, die Alliierten vorübergehend zurückzudrängen, war die deutsche Lage insgesamt bereits aussichtslos. Die Ardennen-Offensive im Winter 1944 war Modls letzter großer Feldzug. Nachdem seine Truppen im Ruhrgebiet eingeschlossen wurden, sah er keinen Ausweg mehr und befahl ihnen, sich zu ergeben. Doch für Modl war die Kapitulation und die Schmach der Gefangenschaft undenkbar. Im April 1945 nahm er sich das Leben, um dieser Schande zu entgehen. General Feldmarschall Günther von Kluge galt als einer der klügsten und erfolgreichsten Generäle des Zweiten Weltkrieges. Seine militärische Karriere begann bereits im Ersten Weltkrieg, wo er sich als talentierter Offizier auszeichnete. 1939 wurde er zum Oberbefehlshaber der Vierten Armee ernannt und führte diese erfolgreich während der Invasion Polens. Seine brillanten Leistungen brachten ihm die Beförderung zum Generalfeldmarschall und eine Schlüsselrolle in Hitlers Armee ein. Besonders während des Frankreich-Feldzuges 1940 bewies von Kluge seine Fähigkeiten. Unter seiner Führung erzielten die deutschen Truppen rasche Erfolge, was ihm in den Augen Hitlers großen Respekt einbrachte. Doch sein bedeutendster Beitrag sollte während der Operation Barbarossa dem Überfall auf die Sowjetunion kommen. Als die Wehrmacht im Dezember 1941 eine verheerende sowjetische Gegenoffensive erlebte, wurde Generalfeldmarschall Fedor von Bock seines Kommandos enthoben und durch von Kluge ersetzt. In dieser Rolle führte er die Heeresgruppe Mitte und stabilisierte die Front, die kurz davor stand völlig zusammenzubrechen. Doch das Glück war nicht auf seiner Seite. 1943 wurde von Kluge bei einem schweren Autounfall schwer verletzt, was ihn für mehrere Monate außer Gefecht setzte. Nach seiner Genesung kehrte er im Juli 1944 an die Front zurück und übernahm das Kommando über die Westfront. Seine Aufgabe, die alliierten Invasionstruppen in der Normandie aufzuhalten. Trotz intensiver Kämpfe waren seine Truppen nicht in der Lage, die alliierten Streitkräfte zurückzudrängen. Inmitten der chaotischen Lage geriet von Kluge auch ins Visier der Gestapo, da man ihn verdächtigte, in das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 verwickelt zu sein. Obwohl seine direkte Beteiligung nie bewiesen werden konnte, litt von Kluge unter dem Verdacht und dem unaufhaltsamen Druck der militärischen Niederlagen. Am 19. August 1944, als er von Hitler nach Berlin beordert wurde, entschied sich von Kluge, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er wollte der Demütigung und dem sicheren Tod durch das NS-Regime entgehen. Erwin Rommel, einer der bekanntesten Figuren des Zweiten Weltkrieges, erlangte seinen legendären Ruf als Wüstenfuchs durch seine außergewöhnlichen Leistungen in Nordafrika. Schon im Ersten Weltkrieg wurde Rommel für seine Tapferkeit ausgezeichnet und galt als aufstrebender Stern am militärischen Himmel. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges fiel er durch seine taktischen Fähigkeiten und seine Nähe zu Hitler auf, die ihm das Kommando über die 7. Panzerdivision während des Frankreich-Feldzuges 1940 einbrachte. Im Februar 1941 wurde Rommel nach Nordafrika entsandt, wo die italienische Armee gegen die Briten ins Wanken geraten war. Hier begann Rommels Ruhm, als er mit seiner deutschen Afrika-Core-Armee eine Reihe beeindruckender Siege errang. Seine Fähigkeit, mit begrenzten Ressourcen und unter extremen Bedingungen zu kämpfen, machte ihn zu einem der bekanntesten Generäle des Krieges. Seine Blitzangriffe und schnellen Truppenbewegungen brachten ihm den Respekt seiner Gegner ein, die ihn als Wüstenfuchs bezeichneten. Doch die Schlacht von El Alamein im Oktober 1942 markierte das Ende seiner Erfolge. Die alliierten Truppen unter General Montgomery zwangen ihn zu einem strategischen Rückzug. Zurück in Europa übernahm Rommel das Kommando über die Verteidigung der Atlantik-Küste, insbesondere in Vorbereitung auf die alliierte Invasion in der Normandie. Rommel erkannte früh die Gefahr, die von einer erfolgreichen alliierten Landung ausging und drängte darauf, die Verteidigung an den Stränden zu verstärken. Doch sein Vorschlag wurde von Hitler abgelehnt und als die Alliierten am 6. Juni 1944 landeten, wurden die deutschen Verteidiger schnell überwältigt. Im Juli 1944 geriet Rommel in den Verdacht, in die Verschwörung gegen Hitler verwickelt zu sein. Obwohl seine Beteiligung umstritten ist, zwang Hitler ihn zur Wahl, Selbstmord oder ein Schauprozess, der seine Familie in Gefahr gebracht hätte. Rommel entschied sich für den Suizid und starb am 14. Oktober 1944 durch eine Zyankali-Kapsel. Sein Tod wurde offiziell als Folge seiner Kriegsverletzungen dargestellt, doch die Wahrheit war eine andere. Heinz Guderian, der als einer der Väter des Blitzkrieges gilt, revolutionierte die moderne Kriegsführung durch seine Ideen zur schnellen und mechanisierten Kriegsführung. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg erkannte Guderian das Potenzial gepanzerter Truppen und entwickelte Konzepte, die auf Mobilität und schnellen Durchbrüchen basierten. Sein berühmtes Werk, Achtung, Panzer, legte den Grundstein für die Blitzkriegtaktik, die in den ersten Kriegsjahren die Erfolge der Wehrmacht prägte. Während des Polenfeldzuges 1939 und des Frankreichfeldzuges 1940 setzte Guderian seine Theorien in die Praxis um und führte Panzerdivisionen, die mit beispielloser Geschwindigkeit vorrückten und die feindlichen Armeen überrumpelten. Seine brillante Führung in diesen Feldzügen brachte ihm den Respekt von Hitler und der deutschen Militärführung ein. Im Russlandfeldzug 1941 führte Guderian seine Panzertruppen bis vor die Tore Moskaus. Doch als der Vormarsch ins Stocken geriet, widersetzte er sich Hitlers Befehl, seine Truppen in einer aussichtslosen Position zu halten. Diese Meinungsverschiedenheit führte zu seiner vorübergehenden Entlassung. Doch 1943 kehrte Guderian als Generalinspekteur der Panzertruppen in den Dienst zurück und übernahm die Verantwortung für die Entwicklung und Produktion der gepanzerten Streitkräfte. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 wurde Guderian in die höchste Führungsebene der Wehrmacht befördert und spielte eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung des Dritten Reiches. Nach dem Krieg wurde Guderian nicht als Kriegsverbrecher verurteilt und konnte sich am Wiederaufbau der Bundeswehr beteiligen. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Kanal, um noch mehr interessante Fakten aus der deutschen Geschichte zu lernen. Erich von Mannstein wird oft als einer der brillantesten militärischen Denker des Zweiten Weltkriegs angesehen. Sein Sichelstadtplan, der die Umgehung der französischen Maginorlinie durch einen überraschenden Vorstoß durch die Adennenforsat, führte zum schnellen und entscheidenden Sieg über Frankreich im Jahr 1940. Mannsteins Fähigkeit, unkonventionelle Lösungen für scheinbar unüberwindbare Probleme zu finden, machte ihn zu einem der gefragtesten Generäle Hitlers. Als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd an der Ostfront war Mannstein für einige der größten deutschen Siege verantwortlich, darunter die Eroberung der Krim und die Belagerung von Leningrad. Doch trotz seiner militärischen Erfolge geriet er immer wieder mit Hitler aneinander, besonders als sich die Lage an der Ostfront verschlechterte. Mannstein war einer der wenigen Generäle, die es wagten, Hitler direkt zu widersprechen und realistischere Strategien vorzuschlagen. Seine wiederholten Meinungsverschiedenheiten mit dem Führer führten schließlich dazu, dass er 1944 seines Kommandos enthoben wurde. Nach dem Krieg wurde Mannstein von den Alliierten wegen Kriegsverbrechen angeklagt und 1950 verurteilt. Doch 1953 wurde er vorzeitig entlassen. In den Jahren danach spielte er eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau der Bundeswehr und war maßgeblich an der Entwicklung der militärischen Doktrinen der Nachkriegszeit beteiligt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns noch ein Like da und abonniere unseren Kanal für mehr spannende Themen aus der Geschichte. Klick auf dieses Video, um weitere spannende Fakten aus der Geschichte zu lernen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!